Hingekommen. Du kannst ja nichts machen. Ich geh jetzt mal weiter. Dann wird die ganze Zeit hinter mir bang. Bang. Ganz heute da. Außerhalb 15. Stimm. Da geht's nicht los. Stop. 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 Okay. 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 Hey, hey. Oh, ich mach richtig. Das ist gut. Wirklich gut. Ein Schlürfchen. Der war wirklich lecker. Da liegen noch hässliche Granaten. Und das liegt nichts anderes hässliches. Okay, ich hab verstanden. Nichts anderes ist hässlich. Da liegen wieder unnützige Sachen. Das hab ich alles aus zwei Gegnern rausbekommen. Was ist das? Was ist das für ein Blut? Ähm, ich geh jetzt tomato town. So. Da. Was ist das für ein Blut? 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 Oh, das ist gut. Das ist das für ein Blut. Hä? Ich wechsle mal hier drunter aus. So. Gut. So. So hab ich mich hochgebracht. Was ist das für ein Blut? Was ist das für ein Blut? Oh. So. Oh. Was ist das für ein Blut? Hier oben. So. 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 Das ist einmal Itza. Itza. Komm, ich muss einen epischen Sieg rein. Ich glaube an mich jetzt selber. Das ist ein epischen Sieg reinhauen. Na Gott, das ist schon niemand. Er sieht mich jetzt. Ich habe genug Materialien. Ich habe genug Materialien. Ich habe genug Materialien. Ich könnte mir nicht mehr als Lüß. Ich werde mich nicht mehr als Lüß. Ja, ich hab wieso zu viel Holz? Ja, ich will gerne Nebelstieg, das freut mich gerne. Das ist geil, das wär jetzt geil. Was glaubst du, alle Leute vom Sturm sterben? Das wär so geil eigentlich. Das hätte ich mir so gern gewünscht. Aber ich muss kämpfen davon. Ich muss dafür kämpfen. Oh Mann, ey. Das Game geht darum, Leben oder Tod. So. Genau, Leben oder Tod. Ah, Sturm, fuck. Der Sturm ist genau hinter mir. Ah, ist genau hinter mir. Der ist hinter meinem Nacken. Scheiße, lauf. Ist genau hinter meinem Nacken. Die muss von Tomatoton zu Please im Paar laufen. Nein, ich will kein Damage verlieren. Ich will kein Damage verlieren. Ich will kein Damage verlieren. Nein, kein Damage verlieren, bitte. Da. Er hat sich angezeigt, dass er da ist. Das ist... Das ist... Das ist schon schlecht. Das... Das kann nichts Gutes bedeuten. Und ist das nur einer? Okay, dann... Hm... Ne, ich nehm mal ne Maler. Ein Medik. Ich seh' dich bloß. Ich weiß, wo du bist. Ich weiß genau, wo du bist. Ich weiß es. Oh, Tocke! Hä? Hä? Hä ist da nicht mehr. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Du warst da gerade? Jetzt bist du weg! Hä? Was ist das bitte für ne... Scheißzone? Fick dich. Das ist... Das ist... Das ist nicht dein Ernstzone. Nicht das. Das ist die schlimmste Zone, die ich je hatte. Und da wird geballert. Das ist ja die schlimmste Zone, die ich je hatte. Mein Gott, das ist die schlimmste Zone. Die hasse ich so sehr. Die Zone, Digga. Keine volle. Jetzt muss ich richtig auf Fein achten. Das ist schmürftig. Nee, einen anschleichen. Trinken. Wieder einschleichen. Eine Munizbüche. Umgucken. Alter. Er wird doch von hinten geschossen worden. Was hast du die ganze Zeit zu tun, die ich nicht schaffe? Mano. Dich nicht. Der blühen. Der blühen hat dich im fleece. Das hat mein ganzes Leben gerettet! Eine Ska! Das hat mein Leben gerettet! Ich habe eine Ska bekommen! Ganzes Leben gerettet! Das hat mein Leben gerettet! Das hat mein Leben gerettet! Rücksuch! Hey Leute! Das ist der epischer Sieg. Herzinfarkt! Mein Herz! Bug! Bug! Du bist der, du bist der eine. Der fehlt halt! Nur weiter! Tente, Tente! Das ist nicht mehr feierlich! Das ist nicht mehr feierlich! Das ist nicht mehr feierlich! Es ist ein Schaltic! Wunderfucker! Ja! 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 Ja!